Das Wiesenlächeln 2019 wird präsentiert von Dr.Smile, Deutschlands Experten für gerade Zähne. Hallo, was bringt dich heute zum Lachen? Ein Ausflug mit meinen besten Kumpels. Wie kann man dich sonst noch zum Lachen bringen? Ja, ein Bier wäre schön. Und jetzt geht's ins Zelt? Ja, klar. Wie bringst du andere zum Lachen? Durch ein Interview mit euch. Bringst du andere zum Lachen? Ja, klar. Also auf jeden Fall. Die sehen auch alle fröhlich aus. Das stimmt. Nee, sie sehen fröhlich aus. Weißt du, dass du was gewinnen kannst, wenn du zu den dreien Top Wiesen-Smiles gehörst? Das habe ich schon öfter gehört. Ach so. Ach so, du schon? Nee, dass ich was gewinnen kann. Na ja, wenn du zu den drei Schönsten gehörst, dann? Okay. Ist der Wettbewerb zwischen Männern oder auch Frauen dabei? Wir sind eigentlich keine Chance. Frauen und Männer. Ja, super. Ich habe schon mal Geld bekommen. Das ist doch großartig. Schon mal ein Zeichen. Kannst du noch einmal für mich in die Kamera bitte lächeln? Ich habe fastlege. Der Wettbewerb. Ich habe meine, meine, wenn du nicht Anthony das oderst. Ich habe was, ich bin Danke.